Hallo und herzlich willkommen in der Deutz-Fahr-Arena in Lauingen. Heute stellen wir Ihnen unsere neue stufenlose Serie 5D TTV vor. Dank des breiten Angebots an Funktionen und Spezifikationen setzen die 5D TTV neue Maßstäbe im Segment der universell einsetzbaren Kompakttraktoren. Sie fragen sich wieso? Schauen wir uns die Traktoren gemeinsam an, dann werden Sie verstehen, was wir meinen. Die Serie 5D TTV ist in fünf verschiedenen Modellen mit Leistungen von 88 bis 113 PS erhältlich. Suchen Sie nach einem kompakten, leichten und kurzen stufenlosen Traktor, können wir Ihnen den 5090D TTV oder den 5100D TTV mit Dreizylindermotor anbieten. Diese Modelle zeichnen sich durch maximale Wendigkeit, niedrigsten Kraftstoffverbrauch und bestmögliche Rundumsicht aus. Wenn Sie stattdessen einen Vierzylindermotor bevorzugen, können wir Ihnen den 5090.4D TTV, den 5100.4D TTV oder das Spitzenmodell 5110.4D TTV anbieten. Größere Leistungsreserven, optimale Gewichtsverteilung und ruhigeres Fahrverhalten auf der Straße dank des längeren Radstandes sind die Vorteile der Vierzylindermodelle. Die FAMOTION-Motoren sind speziell für landwirtschaftliche Einsätze konzipiert. Aufgrund des großen Hubraums liefern sie schon bei niedrigen Drehzahlen beeindruckende Leistungs- und Drehmomentwerte. Um die Abgasstufe 3B zu erreichen, sind sie ausschließlich mit einem DOC-Katalysator und einer AGR ausgestattet. Diese Technik ist wartungsfrei und erfordert keine zeitaufwendigen DPF-Regenerationen oder AdBlue-Nachfüllungen. Der Kraftstofftank ist leicht erreichbar in die Haubenfront integriert. Während des Auftankens können sie die Schmutzsiebe der Kühler reinigen. Und dank der permanenten Vorreinigung ist eine tägliche Wartung des Motorluftfilters nicht erforderlich. Stufenlos von 0 bis 40 kmh setzen die 5D TTV neue Standards in Bezug auf Komfort und Fahrdynamik. Niedrigster Kraftstoffverbrauch wird dank reduzierter Motordrehzahl bei 40 kmh erreicht. Zusätzlichen Komfort und erhöhte Fahrstabilität bietet die optionale Vorderachsfederung mit Einzelradaufhängung. Die kompakte Bauweise ermöglicht einen großen Lenkeinschlag und ist zudem äußerst robust und stabil, sodass alle typischen Anbaugeräte im Fronthubwerk gehoben werden können. Komplettiert mit zwei hydraulischen Anschlüssen in der Front und einer Front-Subwelle ist der 5D TTV der perfekte, universell einsetzbare Kompakttraktor. Werfen wir einen Blick auf die Zapfwelle, den Heckkraftheber und das Hydrauliksystem. Die Serie 5D TTV ist serienmäßig mit einer 84 Liter Hydraulikpumpe ausgestattet. Optional kann auch eine 100 Liter Load-Sensing-Pumpe angewählt werden. Im Heck stehen serienmäßig zwei und optional bis zu fünf Steuergeräte zur Verfügung. Das Steuergerät für den Front-Kraftheber ist dabei immer separat. Bei Bedarf können Sie auch vier duplizierte Hydraulikanschlüsse plus einen zusätzlichen drucklosen Rücklauf im Zwischenachsbereich anwählen. Das optionale hydraulische Anhängerbremssystem mit Dual-Mode-Funktion ermöglicht es Ihnen, dass Sie Anhänger mit neuen und alten Bremssystemen anschließen können. Die Heckzapfwelle bietet drei Zapfwellendrehzahlen und falls Sie mit einem Triebachsanhänger arbeiten wollen, ist eine Wegzapfwelle auch verfügbar. Höchsten Komfort bietet die externe Bedienung für die Heckzapfwelle und den Heckkraftheber. Und dank seiner Hubkraft von bis zu 4.310 kg hat der 5D TTV genug Kraft, um alle gebräulichen Anbaugeräte in seiner Leistungsklasse heben zu können. Wie bei allen TTV-Baureihen ist auch beim 5D TTV die Isobus-Schnittstelle verfügbar. Dank der AEF-Mitgliedschaft von Deutzfahr ist eine 100%ige Kompatibilität mit allen zertifizierten Isobus-Anbaugeräten garantiert. Weitere Informationen zum Thema Isobus finden Sie unter deutzfahr.com. Doch nun werfen wir einen Blick in die neue Kabine. Damit Sie auch an langen Arbeitstagen stets unter besten Bedingungen komfortabel arbeiten können, ist die Kabine seriemäßig mit unserer Hydrosylentblockfederung und einer Klimaanlage ausgestattet. Ablagefächer in der Kabine helfen Ihnen, Ordnung zu halten. Einmal Platz genommen werden Sie den hervorragenden Komfort des luftgefederten Sitzes und die Ergonomie der Max-Com-Armlehne, welche mit dem Sitz verbunden ist, bemerken. Vier USB-Steckdosen sorgen dafür, dass Ihre mobilen Geräte den ganzen Tag übereinsatzfähig bleiben. Und das Radio verfügt selbstverständlich über eine Bluetooth-Schnittstelle, damit Sie auch bei der Arbeit Ihre Lieblingssongs über Ihr Smartphone hören können. Eine weitere Funktion, welche Sie nie wieder missen wollen, ist das STD-Schnelllenksystem. STD reduziert die Anzahl der Lenkradumdrehungen um 50%. Das erhöht erheblich den Komfort am Vorgebände oder bei Arbeiten mit dem Frontlader. Bei der neuen Serie 5D TTV haben wir bewährte Technik aus unseren größeren TTV-Traktoren implementiert und neue Funktionen eingeführt, um Ihre Arbeitstage effizienter, komfortabler und sicherer zu gestalten. Wenn wir über Komfort und Sicherheit sprechen, dürfen wir nicht vergessen, über die Einzelrad-gefederte Vorderachse zu sprechen. Das vollintegrierte System besteht aus mechanischen, hydraulischen und elektronischen Komponenten, die mittels einer Software gesteuert werden. Es beinhaltet nicht nur die Federung während der Fahrt, sondern auch eine Wankstabilisierung beim Bremsen, eine Seitenstabilisierung bei der Kurvenfahrt und eine aktive Niveauregulierung in Hanglagen. Außerdem ist die Vorderachse mit unserem Dynamic Traction Control System einer intelligenten Differenzialsperre ausgestattet, welche nach Aktivierung durch den ASM-Knopf das Drehmoment je nach Schlupf auf das linke oder rechte Rad überträgt. Damit wird maximale Traktion gewährleistet und das unter allen Einsatzbedingungen. All diese Funktionen kombiniert mit dem niedrigen Schwerpunkt verleihen dem 5D TTV eine extreme Fahrstabilität am Hang. Selbstverständlich sind alle 5D TTV mit dem geschätzten Vierradbremssystem ausgestattet. Dieses garantiert Ihnen unter allen Bedingungen den kürzesten Bremsweg. Einmal gestoppt, wird der Traktor durch die aktive Stillstandsregelung festgehalten. Und für sicheres Parken, auch in bergigen Regionen, ist der neue 5D TTV serienmäßig mit der hydraulischen Parkbremse ausgestattet. Diese Federspeicherbremse bietet konstant hohe Bremskraft und garantiert maximale Standsicherheit des Traktors. Gleich nach dem Einsteigen werden Sie vom großzügigen Platzangebot der Kabine beeindruckt sein. Das Vierpfosten-Konzept zusammen mit der niedrigen Motorhaube bietet eine fantastische Rundumsicht, welche dank der LED-Arbeitsscheinwerfer auch in den späten Stunden erhalten bleibt. Zusätzlich sorgt das aufstellbare Dach im Heck für eine hervorragende Sicht nach hinten, zum Beispiel bei Arbeiten mit einem Heckstapler. Mit dem mittleren Pedal können Sie das Lenkrad in der Neigung verstellen. Beim Verstellen des Sitzes und der Max-Com-Armlehne bemerken Sie die durchdachte Anordnung der Bedienelemente. Durch die bekannte Farblogik von Deutz-Fahr finden Sie sich sofort zurecht. Die orangefarbenen Bedienelemente sind für Motor- und Getriebefunktionen, die gelben für die Zapfwelle, die grünen für den Heckkraftheber und die blauen für die Hydrauliksteuerventile. Alle Informationen werden übersichtlich im InfoCenter Pro dargestellt. In Kombination mit dem Mini-MMI können Sie Traktoreinstellungen vornehmen. Zusätzlich zeigt Ihnen das mittlere Display die Sequenz des Komfort-Tipp-Vorgewendemanagements an, welches serienmäßig enthalten ist. Damit können Sie Bedienabläufe am Vorgewende aufzeichnen und durch simples Drücken einer einzelnen Taste am Fahrhebel abrufen. Aber das ist noch nicht alles. Für den 5D-TTV ist auch der i-Monitor erhältlich. Er ist das Bedienelement für die Spurführung, bietet erweiterte Traktorfunktionen und kann bis zu zwei Kameras darstellen. Zudem unterstützt er die neuesten Telemetrie- und Isobus-Anwendungen. So werden, zum Beispiel in Kombination mit Section Control, bis zu 200 Teilbreiten individuell gesteuert. Um Aufwandsmenge, Zeit und Betriebskosten zu sparen, ist mit der variablen Mengensteuerung eine teilflächenspezifische Bewirtschaftung möglich. Und dank der beweglichen Monitorhalterung können Sie die Position des i-Monitors ganz nach Ihren Bedürfnissen einstellen. Die Kabine des neuen 5D-TTV entspricht serienmäßig der Schutzklasse 2. Zum Schutz vor Staub, Dämpfen und Aerosolen bieten wir Ihnen zusätzlich ein Kabinenfiltersystem der Kategorie 4 an. Vor Beginn von Pflanzenschutzarbeiten können Sie das Kategorie 4-Filtersystem durch einen einfachen Knopfdruck in der Kabine aktivieren. Sobald die Taste grün leuchtet, wissen Sie, dass Sie geschützt sind und dies ganz ohne das Tragen von Masken oder unbequemen Overrolls. Wir wissen, dass Sie von Ihrem Kompakttraktor Leistung, Flexibilität und Vielseitigkeit erwarten. Und genau diese Begriffe stehen für die Haupteigenschaften der neuen Serie 5D-TTV von Deutz-Fahr. Im Vergleich zu Lastschalt- und automatisierten Getrieben ist das TTV-Getriebe ein großer Fortschritt in Bezug auf Leistung und Flexibilität, da die Fahrgeschwindigkeit und Motordrehzahl unabhängig voneinander einstellbar sind. Das TTV-Getriebe verfügt über drei Fahrmodi, Auto, PTO und manuell. Im Auto-Modus geben Sie die gewünschte Geschwindigkeit vor. Der Traktor passt daraufhin automatisch die Getriebeübersetzung und die Motordrehzahl an, während im Zapfwellen-Modus die Motordrehzahl von Ihnen festgelegt wird, um das bestmögliche Arbeitsergebnis mit Ihrem Anbaugerät zu erzielen. Wenn Sie mit Geschwindigkeiten von weit unter 100 Meter pro Stunde arbeiten möchten, ist der manuelle Fahrmodus die richtige Wahl für Sie. Im Auto- und Zapfwellen-Modus verfügt der 5D-TTV über zwei Tempomaten. Durch einfaches Drücken und Halten der Tempomat-Taste speichern Sie die Fahrgeschwindigkeit und aktivieren den Tempomaten. Die Geschwindigkeit kann im i-Monitor mit dem Joystick oder der rückseitigen Fingerwippe eingestellt werden. Nach dem Wenden am Vorgewende können Sie die abgespeierte Geschwindigkeit mit einem Doppelklick wieder aktivieren. Damit Sie häufig verwendete Funktionen auf Knopfdruck griffbereit haben, wurden vier frei programmierbare Tasten integriert. Egal ob Sie das Power Shuttle, die STD-Schnelllenkung, den Heckkraftheber oder die Hydraulikventile bedienen möchten. Sie können diese und noch mehr Funktionen bequem diesen Tasten zuordnen. Somit wird Ihre tägliche Arbeit noch intuitiver und komfortabler. Der Heckkraftheber ist serienmäßig mit einer EAR ausgestattet und verfügt über eine Schwingungstilgung. Diese reduziert die Stoßbelastung, erhöht den Fahrkomfort und die Sicherheit bei der Straßenfahrt. Anstelle des Standard Heckkrafthebers können Sie auch eine Kompaktversion anwählen, welche schmälere Spurweiten sowie die optionalen hydraulischen Seitenstabilisatoren und die hydraulische rechte Hubstrebe ermöglicht. Beide Optionen verfügen über separate Steuerventile und können in der Kabine getrennt voneinander bedient werden. Eine Gesamtbreite von nur 1,75 Meter ist durch den Kompaktheckkraftheber in Verbindung mit einer schmalen Spurweite und hochgeklappten Blinkern möglich. Die Kombination von leistungsstarken Farmotion-Motoren, einer Load-Sensing-Hydraulikanlage und die insgesamt kompakte Bauweise machen die 5D TTV zum perfekten Traktor für Obst-, Wein- und Hopfenbauern. Dank der verfügbaren Kommunalbereifung, der optionalen orangefarbenen Karosserie und der ausgezeichneten Rundumsicht sind die Modelle der Serie 5D TTV auch die richtige Wahl für das Schneeräumen, das Mulchen und die Straßenreinigung in Kommunen. Die Serie 5D TTV ist ein wahres Multitalent, ob im landwirtschaftlichen Betrieb, auf dem Feld, in Weinbergen, in Obst- und Hopfenplantagen oder in Kommunen. Weitere Informationen erhalten Sie unter deutzfahr.com und kontaktieren Sie Ihren Deutzfahr-Händler vor Ort, um noch mehr zu erfahren und eine Vorführung zu vereinbaren. Der neue 5D TTV von Deutzfahr ist bereit für jedes Terrain. Deutzfahrt